Kevin-Prince Boateng ist wieder mit an Bord für den verletzten Julian Draxler im Kader. Der Prinz nach dem Heimspiel gegen Sporting war er verletzt, das ist jetzt überwunden. Apropos Heimspiel gegen Sporting, da war doch was. Wir wissen, dass einfach eine hitzige Partie auf uns zukommen wird, dass das portugiesische Temperament durchkommen wird bei den Zuschauern. Ich mag es auch bei solchen Kulissen zu spielen und ich freue mich riesig auf das Spiel morgen. Und wir erst Ralle. Es ist wieder dieses kribbelnde Königsklassengefühl. Auf geht's Schalke, kämpfen und siegen.